Ich habe die Minizip geliebt. Aber es war viel mehr, was ich von daheim von meiner Familie mitgenommen habe. In unserer Familie hat es, so wie in allen Familien, einmal hoch und tiefs gegeben. Aber das Wichtigste, was ich immer gespürt habe bei uns daheim, wir sind füreinander da und wir halten zusammen. Und das ist das, was ich mir in unserer sozialdemokratischen Familie wünsche. Sind wir füreinander da, halten wir zusammen und arbeiten wir für die Steirerinnen und Steirer. Vor mittlerweile 20 Jahren habe ich auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, weil ich wollte unbedingt selber mitarbeiten, selber mitgestalten. Und in Weiz hat dieser große Stadterneuerungsprozess begonnen. Aber damals war es für mich so, mit einem Bürgermeisterin zum Bürgermeister das erste Mal hingehen. Das ist natürlich nicht so einfach. Und dann habe ich mich aber trotzdem getraut. Und der Helmut Kienreich ist sofort ganz offen gewesen und hat gesagt, super, wenn du mitarbeiten willst, dann sei bei uns dabei. Nächste Woche ist schon die erste Sitzung. Dieser sind ganz, ganz viele Sitzungen und Besprechungen gefolgt bis zum heutigen Tag, 20 Jahre später. Aber was damals so wichtig war und das heute für diese Bewegung für essentiell, das war die Offenheit, einer der neue Ideen einbringen will, der sie engagieren möchte, wirklich mit aufzunehmen und mitarbeiten zu lassen. Und diese Offenheit in der Diskussion, im Zugang auf die Menschen, die Aufnahme neuer Ideen, diese Offenheit müssen wir gemeinsam leben. Und das dritte, was ihr in diesem Film gesehen habt, waren ganz viele motivierte, begeisterte, engagierte Menschen. Und ich bin total überwältigt, dass heute so viele da sind, dass wir da die Kräfte bündeln. Und ich habe das in den letzten sieben Monaten gemerkt. In Gesprächen mit der Gewerkschaft, mit den Frauen, mit den Pensionistinnen und Pensionisten, so viele Menschen in der Sozialdemokratie, die Jugend, alle, die einfach nur ein Ziel haben, mit voller Begeisterung und Engagement zu arbeiten für die Menschen in der Steiermark. Und liebe Mitgestalterinnen, liebe Mitgestalter, lieber Werner, lieber Rudi, wir haben Spielberg gewählt, weil es ein Symbol des Aufbruchs ist. Wenn ihr euch erinnert, vor zehn Jahren, wo wir noch nicht die führende Kraft waren in diesem Land, war das ein Trümmerhaufen. Da hast du genau gar nichts machen können. Und wenn ihr jetzt da raus schaut auf den Ring, wenn ihr das Freizeit- und Veranstaltungszentrum seht, wenn ihr da rüber schaut, wie sich die Obersteiermark West als Region entwickelt hat, dann zeigt sich, was es heißt, wenn wir anpacken und arbeiten, dann entwickeln sie die Regionen. Wir sind die stimmstärkste Kraft in diesem Land und diese Verantwortung nehmen wir wahr. Und diese Gestaltungskraft nutzen wir ganz, ganz konsequent. Und wenn ich die letzten sieben Monate – ihr habt es ja im Film – ein bisschen Revue passieren lasse, dann sieht man, was wir erreicht haben. Nicht nur, dass da dieser Ring ein richtiger Aufbruch ist, dass wir die WM am Kreisberg haben, heuer noch die Airpower hier unmittelbar im Zentrum. Wir haben auf ganz wichtige Themen gesetzt. Erst letzte Woche haben wir eröffnet im Bezirk Murau das neue Lehrlingsheim. Wir haben 27 Millionen Euro in diese Region investiert, damit die jungen Menschen wirklich super Chancen haben. Ihr wisst, ich bin ja so ein Fan von dem Weg Lehrermeister Unternehmer. Wenn es der Weg ist Lehrermeister Bundespräsident ist natürlich auch okay, Rudi. Aber die Berufsschule in Murau hat auch eine ganz wichtige symbolische Bedeutung. Nicht nur, dass wir auf die jungen Leute setzen, dass wir auf die Region setzen, sondern dass wir auch gesagt haben, die Lehrlinge haben für unsere Steiermark die gleiche Bedeutung für die Forschung, für die Innovation wie durch Studentinnen und Studenten. Und darum war es für uns auch selbstverständlich, dass dieses Lehrlingshaus in Murau die gleiche Qualität hat wie das beste Studentenheim. Und um noch eine kleine Reise durch die Steiermark zu unternehmen. Wenn wir in Eisenerz oben waren, was war da auch vor 10 Jahren? Da habe ich als Referent angefangen für die Gemeinden. Da haben sie mir gesagt, Eisenerz kannst zusperren. Das ist ein Altersheim, da ist nichts mehr möglich. Und was ist jetzt in Eisenerz? Wir werden in Eisenerz das Zentrum am Berg realisieren. Wir haben dafür schon die budgetären Mittel aufgestellt. Das heißt, im Erzberg wird neben dem, dass noch immer Erz abgebaut wird, das modernste Tunnelsicherheitsforschungszentrum Europas entstehen. Ein gewaltiger Schub nach vorne. Und in Leoben, die Montanuniversität, die Studierendenzahlen steigen von 4.000 auf 4.200. Und in Eisenerz werden 300 Gästebetten jetzt neu geschaffen und eröffnet. Und das ist unsere Politik. Nicht gescheit drehen, tun! Und weil es einer unserer wichtigsten Initiativen und Projekte war, muss ich es einfach ansprechen. Weil es für die Leute in den Regionen ganz entscheidend ist, wie ist die Mobilität, wie kann man sich fortbewegen. Und wenn du früher da herum einen Stress gehabt hast, dass du mit dem Auto irgendwo hinkommst, oder eine Familie, die mit den Kindern unterwegs ist, ich weiß ja das als Papa selber immer, dass das ziemlicher Stress ist, dass du immer die Sorge gehabt hast, der wischt den Zug noch rechtzeitig oder der wischt ihn nicht, weil sonst hast du eineinhalb Stunden warten müssen, bis der Zug kommt. Was haben wir geschafft? In dieser kurzen Zeit, in diesen sieben Monaten, haben wir die S-Bahn ausgebaut, wie überhaupt noch nie. Und jetzt kannst du einsteigen in Zugwaggons mit deiner Familie, kannst du drinnen spielen, kannst dich unterhalten und bist in einer halben Stunde von A nach B gefahren und vor allem, wenn du den Zug einmal versammst, dann kommt eine halbe Stunde später wieder einer. Das ist Politik, die wir machen, umsetzen, handeln, S-Bahn ausbauen. Alle Projekte würden jetzt den Rahmen sprengen, aber ich glaube die S-Bahn, das Zentrum am Berg, die Berufsschule in Murau oben, sind gute Beispiele, wie wir umsetzen und wie wir gemeinsam handeln. Aber wir haben das immer gemacht auf einer ganz gut fundierten Basis. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Steiermark diskutieren intensiv, dann machen wir unseren Plan und dann setzen wir um. Und das ist uns gelungen in den letzten zehn Jahren. Ihr könnt euch alle noch erinnern an den Powerplan für die Steiermark, den wir entwickelt haben und umgesetzt haben. Und ihr erlebt jetzt unseren Impulsplan, der eins zu eins umgesetzt worden ist im Regierungsprogramm. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, wer uns in diesen letzten zehn Jahren begleitet hat, wenn ihr drüber nachdenkt, was in den Regionen alles passiert ist, dann möchte ich an dieser Stelle Danke sagen an Franz Wobes und sein Team. Applaus Aber ihr kennt mich auch. Natürlich eifrig, wie wir sind, haben wir sofort wieder weitergearbeitet. Der Impulsplan ist im Regierungsprogramm drinnen. Unsere Ressorts setzen ihn konsequent um. Und das gehört zu uns dazu. Wir denken sofort weiter nach, was wir noch besser machen können für die Steiermark. Und ihr wisst, für mich gibt es einen Prozess, wie man das macht. Nämlich zuhören, verstehen und dann handeln. Und warum ist mir das Zuhören so wichtig? Weil das in der Familie, in jeder Beziehung, in einer Partei ganz, ganz wichtig ist, dass man dem gegenüber zuhört. Weil nur wenn man das gegenüber versteht oder ihm zuhört, kann man Respekt entgegenbringen und auch verstehen, wie man zu Verhandlungsergebnissen kommt. Nicht dem anderen reindrücken, irgendwelche problematischen Dinge, sondern verstehen, wie man zu Lösungen kommt. Wie man das Maximum für die Gemeinschaft gemeinsam herausholen kann. Und auf dieses Verstehen folgt dann das Handeln. Und genau so haben wir das gemacht. In allen steirischen Regionen hat es Gespräche mit der Gewerkschaft, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Gemeinderäten, so viel Engagierten gegeben in den letzten Wochen. Ich, das gesamte Team der Regierung des Landtages, hat aktiv zugehört. Und wir haben uns verstanden. Wir haben gemerkt, ja, wir finden einen gemeinsamen Weg in die Zukunft. Und diesen Weg werden wir jetzt umsetzen. Über Weihnachten allein haben sie 970 Menschen online beteiligt auf unserer Denkplunk-Plattform. Über 400 Ideen sind eingebracht worden in einer Qualität, die mich selber umgekaut hat. Ich wisst ja, ich lese immer alles selber. Aber das war wirklich so top vorbereitet, dass ich tief beeindruckt war. Und aus diesen vielen Gesprächen, aus diesen vielen Ideen, ist gewachsen heute fünf Leitanträge, die wir behandeln werden. Mit weit über 100 Punkten, die die Steiermark nach vorne bringen werden. Mit weit über 100 Punkten, die wir auf allen Ebenen Land und Gemeinde umsetzen werden. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, alle anzusprechen. Aber ich habe aus der großen Diskussion gemerkt, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus der Steiermark kennen uns mit unseren vielen Ideen, unserem Engagement, unserer Begeisterung nicht nur auf steirischer Ebene einhauen, dass wir etwas weiterbringen. Sondern wir kämpfen auf europäischer Ebene, auf österreichischer Ebene und auf steirischer Ebene dafür, dass sich für die Menschen viel ins Positive verändert. Und darum habe ich mir jeweils drei Punkte rausgenommen. Für jede dieser Ebenen, wo ich gemerkt habe, da brennt es richtig unter den Nägeln, da geht euch was am Wecker, über das müssen wir im Rahmen eines Landesparteitags diskutieren. Und ich fange mit der Europäischen Union an, weil uns da viel ärgert. Weil da ganz viel National-Konservatives passiert. Weil man darüber nachdenkt, wie man Banken rettet. Aber man wenig darüber nachdenkt, was es heißt, wenn du dein Lehr abgeschlossen hast, wenn du dein Studium fertig hast, so wie für 50% der Kinder in Spanien, und dann hast du keinen Job. Und da müssen wir was tun. Weil wenn man als Sozialdemokratie einfach nur sagt, der Markt regelt das nicht von selber, wir haben ein Pech, das kann es nicht sein. Und alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Gewerkschaft, und das ist auch meine tiefste Überzeugung, haben gesagt, gerade in der jetzigen Situation müssen wir eins machen. Nämlich investieren, investieren in ein wachsendes Europa, investieren in Schulen, in Verkehrswege, Geld in die Hand nehmen, damit wir international wettbewerbsfähig sind. Weil was haben die Amerikaner gemacht? Dollarsdruck, dass wir nicht was. Ausständig investiert. Und jetzt sind sie auf einmal weit fuhren. Und wir dürfen uns nicht darauf einlassen, dass Buchhaltungsregelungen auf europäischer Ebene unsere Gemeinden, das Land, den Bund hämmern, gerade jetzt in Forschung, Innovation zu investieren. Und warum rede ich über Buchhaltung? Ich muss euch das erklären, ich komme nicht drum herum. Weil das so wichtig ist, weil man oft sagt in der Politik, das ist ein Fahrtthema, aber auf der anderen Seite ist es essentiell für uns alle, ob wir vor Ort Investitionen schaffen können. Bei den Investitionen im öffentlichen Haushalt ist es so, da wird kein Unterschied gemacht zwischen den monatlichen Einnahmen und Ausgaben, Wurscht, ob es jetzt Investitionen sind, die wirklich auf 20, auf 30 Jahre wirken, oder ob das halt die laufenden Aufwendungen für Mieten oder was anderes sind. Beim öffentlichen Haushalt wird das sofort ins Ergebnis eingerechnet. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, in dem Fall muss ich sagen, Genossinnen und Genossen, das kann es ja nicht sein. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat die Chance, Investitionen auf 20 Jahre dort stehen, auf 20 Jahre abzuschreiben. Weil das auch gescheit ist. Weil wer schafft es aus den monatlichen Einnahmen, eine große Firmeninvestition zu finanzieren. Jeder, der eine Wohnung kauft, der eine Heisel baut, wird sagen, meine laufenden Ausgaben müssen ausgeglichen sein. Aber wenn ich eine Heisel baue, kann ich das nicht mit den Einnahmen vor einem Jahr machen. Ich baue das Heisel ja auch dafür, dass Generationen drinnen leben können. Und da muss auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass wie beim Heiselbauer, der auf 20, 30 Jahre finanziert, wie beim Unternehmer, der auf 20, 30 Jahre finanziert, auch unsere Gemeinden, unsere Länder, der Bund auf 20, 30 Jahre finanzieren kann, damit wir das Geld haben, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und wirklich weltweit wettbewerbsfähig zu sein. Daher weg mit dem Maastricht-Blocker in der derzeitigen Form und kämpfen wir für Wachstum und Beschäftigung in Europa. Aber es gibt ein zweites Thema, das mich tief bewegt hat. Wie ich aufbladelt habe, die Zeitung letzte Woche, 62 Menschen, also da gerade einmal die erste Reihe und die zweite Reihe, wenn man das in Relation sieht, 62 Menschen besitzen gleich viel Vermögen und Geld wie die Hälfte der Welt. Die halbe Weltkugel ist im Besitz von 62 Menschen. Die haben so viel Marie, dass man 350 Mal den Landeshaushalt der Steiermark nur durch den Vermögen hat. Und darum sage ich euch, wenn man Konflikte weltweit regeln will, wo ein paar wenige die Ölquellen haben und die anderen krepieren, weil sie keine gescheite medizinische Versorgung haben, dort muss die Sozialdemokratie österreichisch und international klar kämpfen für Vermögensgerechtigkeit, für Verteilungsgerechtigkeit und dafür, dass sie nicht ein paar Milliarden haben und die anderen nichts. Und da zipft es mich nämlich auch so an, weil die kleinen Unternehmer, die tun wir in vielen Bereichen segieren. Da kommt eine Norm nach der anderen. A, B, C, D, was man alles bei den Lebensmitteln kennzeichnen muss. Jetzt zuletzt ist darum gegangen, wie norme ich am besten am Adventkreuz die Weihnachtskerzen, wie groß ist sie, wie dick ist sie, wie hoch ist sie. Auch nur mit einem Zweck, dass man die Industrie fördern kann und nicht die Regionen, die vielfältig sind. Und darum sage ich euch ganz offen mit Ziftes an, dass wir uns nur Gedanken darüber machen, wie immer alles normen, normen, normen können, aber gleichzeitig zuschauen, wie ganz viele Konzerne mit der Marie abfahren, die Backeln liefern, die Backeln verschicken und produzieren. Ich meine, wenn dort Steuern zahlt, was produziert wird oder was hingeschickt wird, das verstehe ich ja noch. Aber was machen die Backelproduzenten weltweit? Sie schicken nicht nur die Backeln, sondern sie schicken einmal die Marie um die ganze Welt und dann kommt steuerfrei wieder zurück. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das kann man sich nicht bieten lassen. Und wenn ich mir das anschaue, was macht Starbucks? Die machen jetzt überall klasse Kaffeeketten auf. Unsere Wirten haben da keine Chance. Weil der Wirt vor Ort, der muss seinen Kaffee versteuern, der muss das Ganze zahlen. Der kann nicht sagen, ich habe da jetzt einen Franchise-Vertrag von irgendeiner Steueroase und dadurch wird es billiger bei mir. Und das ist der Wahnsinn. Das, was dort passiert auf europäischer Ebene, wirkt sich gleich full aus auf unsere Wirten. Weil die nicht mehr konkurrenzfähig sind in vielen Bereichen. Weil die großen internationalen Konzerne nutzen klasse ihre Steuervorteile. Und unsere kleinen Wirte, die kämpfen, wo es irgendwo geht, werden mit einer Norm nach der anderen belastet. Und darum sage ich euch, bekämpfen wir gemeinsam den Fluch der Steuerflucht. Und ein drittes Thema jenes, das uns wahrscheinlich am meisten beschäftigt. Da gibt es ja Menschen, Kandidaten, die sagen, über der Verfassung steht Gott. Dann gibt es Club-Obleute, die sagen, ich stehe über der Verfassung. Und ich kann euch an dieser Stelle nur sagen, die steirische Sozialdemokratie steht auf dem Fundament der Menschenrechte. Und die Diskussion zur Flüchtlingssituation ist wie überall ganz unterschiedlich in unserer Bewegung diskutiert worden. Ich glaube, wir müssen immer die Bilder im Kopf haben, was der Ursprung ist, wenn du dort unten in Syrien bist, keine gescheite medizinische Versorgung, kein Essen hast, aber dann vor allem auch ein Leib und Leben bedroht ist. Was es heißt, wenn du Zeugen haben musst, dass deine Frau vergewaltigt wird, noch schlimmer, dass die Kinder vergewaltigt werden oder dass das Dorf eingenommen wird und irgendeiner schneit den Schädel runter. Das ist die Grundlage, das ist das Problem dort unten. Und was passiert? Die Flüchten natürlich. Wer würde es anders machen? Wenn wir in die Nachbarstaaten, in den Libanon, 1,5 Millionen Menschen, wo dann 8 zusammen wohnen, in einer kleinen Einzimmerwohnung schlecht ausgestattet. Einige haben es im ORF ja gesehen, nicht ausreichend medizinische Versorgung, dort nichts zu messen, ein paar schaffen es weiter in Richtung der Türkei, dort sind schon 2 Millionen. Und eins muss ich euch schon sagen, und da kommen wir wieder die im Kopf, die 62 Leute, die das halbe Weltvermögen haben. Wenn wir da nicht international es schaffen, die notwendigen 15 Milliarden über alle Staaten aufzubringen, dass wir die Menschen dort wenigstens ernähren und eine medizinische Grundversorgung geben, dann werden wir die Flüchtlingskatastrophe nicht beenden können. Wir werden aber vor allem als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unser wichtigstes Ziel nicht erreichen, die Menschenwürde für alle Menschen auf dieser Welt. Und daher investieren wir in diese Länder, damit wenigstens die Basis gewährleistet ist für die Menschen dort zu überleben, damit sie auch dort bleiben können, wenn sie wollen. Und darum bin ich davon überzeugt, dass die Europäische Union als Ganzes Menschen, die auf der Flucht sind, Asyl gewährden muss. Das Asylrecht ist ein Menschenrecht und die Europäische Union als Ganzes muss dieses Menschenrecht gewährleisten. Jetzt kommen wir aber auf die andere Seite der Medaille, die wir natürlich auch sehen müssen. Auf österreichischer Ebene haben wir gemeinsam, Bund, Länder, Gemeinden, Enormes geleistet. Ich habe das selber alltäglich fast mitbekommen, ich habe mir zwischendurch schon gedacht, ich bin ein Immobilienmakler und ein Busorganisator. Also wir haben da wirklich in vielen Bereichen ganz aktiv gearbeitet. Wir haben jetzt über 10.000 Menschen Zuflucht in der Steiermark gegeben und natürlich müssen wir jetzt ganz konsequent darauf drängen, dass nicht die Steiermark allein, Deutschland allein und Schweden allein diese Herausforderung der Flüchtlingskrise zu meistern hat. Darum verstehe ich, dass man sich ein klares Ziel setzt und versucht in der Europäischen Union diesen Menschen Zuflucht und Sicherheit zu geben, weil natürlich ist es nicht fair und kann man so auch nicht arbeiten, dass in Slowenien fünf Menschen asylberechtigt sind und in der Steiermark haben wir 11.000 Menschen. Das muss man sehen, das müssen wir diskutieren und daher muss es im Notfall immer Schutz und Hilfe geben. Keiner darf an der steirischen Landesgrenze krepieren oder es darf ihm irgendwas passieren. Aber wir müssen natürlich auch konsequent sagen, diese Bewältigung der Flüchtlingsherausforderung braucht eine europäische Lösung und es darf auch keine Vermischung geben zwischen der Flucht vor Leib und Leben und der Wirtschaftsflucht, weil es natürlich klar ist, dass wir nicht erreichen können, jeden zu sagen, such dir dein Land, wo du die besten Voraussetzungen hast, aus. Weil wir können den Schutz für Leib und Leben gewährleisten, aber wir können natürlich nicht für jeden in der Welt diesen wirtschaftlichen Wohlstand leisten, den wir da haben. Da müssen wir auch für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da sind. Und genau so sollte man es diskutieren. Wir haben eine gemeinsame Zielsetzung. Ich sage auch ganz ehrlich, Werner, da müssen wir aufpassen, weil eins wird sicher nicht spielen in der ganzen Diskussion bei aller Mitmenschlichkeit, so wie von der ÖVP-Bundespartei vorgeschlagen, dass jetzt die Steiermark zur Pufferzone wird, dass die Steiermark zur Wartezone wird. Ja, das kann es unter keinen Umständen sein, als eine Pufferzone in der Steiermark in den südsteirischen Weinbergen lehnen wir entschieden ab. Aber wie es halt so ist, in der Steiermark, wir tun nicht nur fordern, sondern wir tun arbeiten. Und wir haben am Mittwoch gefordert einen zweiten Grenzübergang in Österreich. Und ich bin froh, dass wir diesen zweiten Grenzübergang jetzt haben, dass auch in Kärnten ein Übertritt für Menschen, die Flucht suchen, möglich sein wird. Und dass damit sich diese Herausforderung auf die Steiermark und Kärnten einmal aufteilt. Und ich glaube, das ist sinnvoll. Wir müssen alles machen, um zu helfen. Aber die Steiermark muss auch entsprechend ihrer Kapazitäten berücksichtigt werden. Und daher danke für den zweiten Grenzübergang. Der war notwendig. Jetzt kämpfen wir auf europäischer Ebene für mehr Verteilungsgerechtigkeit. Wir kämpfen auf europäischer Ebene dafür, dass man die Flüchtlingssituation menschlich geordnet, aber auch im Sinne Österreichs löst. Und jetzt hauen wir uns natürlich auch auf österreichischer Ebene so richtig rein. Und ich möchte, dass die steirische Sozialdemokratie in allen Lebensbereichen ganz, ganz aktiv mitwirkt und mitarbeitet. Und das freut mich, und das ist so etwas, als Betriebswirt muss ich das halt auch sagen, wie ein Best-Practice-Beispiel, wie man zusammenarbeiten kann und wie man wirklich etwas weiterbringt. Bei der Steuerreform ist die Gewerkschaft, ist die Sozialdemokratie gemeinsam mit über 900.000 Menschen gemeinsam gezogen. Wir haben die Kräfte gebündelt und wir haben diese Steuerreform umgesetzt. Und fast jeder von euch da im Saal und vor allem viele Steirerinnen und Steirer haben jetzt ein Hunderter mehr im Börsel. Und das nicht im Jahr, sondern im Monat. Und das ist ein erster Schritt zu mehr Verteilungsgerechtigkeit, zu mehr Vermögensverteilung in Österreich. Und dafür danke allen Partnerinnen und Partnern, die auch in der Steiermark mit uns für diese Steuerreform gekämpft haben. Und wir werden wahrscheinlich noch die eine oder andere Diskussion mit der Bundespartei haben. Aber ich möchte heute die vielen positiven Aspekte in den Vordergrund stellen, die wir erreicht haben. Es ist nämlich nicht nur die Steuerreform, sondern ein zweites ganz Wichtiges, wo wir für die Menschen wirklich etwas umgesetzt haben und erreicht haben. Ihr wisst, ich bin Papa von zwei Kindern. Die Minna ist jetzt sechse, der Vincent ist vier Jahre. Und daher ist es natürlich auch aus persönlichem Antrieb für mich ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder in der Steiermark den besten Startplatz für ihr Leben haben. Und wir haben gemeinsam mit der Bundesregierung in der Steiermark 4000 Kinderbildungs- und Betreuungsplätze in zwei Jahren geschaffen und umgesetzt. Gemeinsam mit den Gemeinden haben wir damit die Lebenssituation für so viele Kinder, Eltern verbessert in der Steiermark. Und weil wir heute da sind im Vöstalpine-Wing, wir haben auch in der Vöstalpine in Leoben einen Kindergarten errichtet, der alle Stücke spült mit großen Freiflächen, mit großen Spülflächen. Aber es ist vor allem eins gelungen, da haben wir uns in der Steiermark dafür so richtig reinkaut. Dass man diese Kinderbildungs- und Betreuungsplätze auch gemeinsam mit den Firmen schaffen und gründen kann, weil man jetzt die tolle Situation hat, so wie in Leoben, was sich alle Eltern wünschen. Ich kann während dem Mittagessen umgehen zu meinem Kind, kann mein Kind besuchen, kann mit meinem Kind Zeit verbringen, habe es wirklich unmittelbar in der Nähe und habe hervorragende Voraussetzungen. Also ich glaube, da haben wir was geschaffen, dass den Menschen wirklich Lebensqualität geben wird, das sie nach vorne bringt und vor allem, dass es unseren Kindern den besten Startplatz gibt. Also 4.000 Plätze für die Steiermark, danke, so sollte man weiterarbeiten. Rudi, unser Kämpfer für die Arbeitsplätze in der Steiermark, wird Bundespräsident, davon bin ich überzeugt. Ich möchte ihm danken dafür, dass er wirklich immer da war, wenn man ihn gebraucht hat. Ich kann mich noch erinnern, vor 8 Jahren mittlerweile, wie die Wirtschaftskrise am Höhepunkt war, wie wir alle gezittert haben um Arbeitsplätze, auch in meiner eigenen Familie, wie wird es weitergehen. Der Rudi, der Sigi, gemeinsam haben sich alle miteinander was überlegt, was können wir machen und wir haben diese tollen Kurzarbeitsmodelle entwickelt. Damit haben ganz viele Familien Hoffnung und Zuversicht gehabt und damit haben wir vor allem auch die Grundlage geschaffen, dass unsere Unternehmen mit dem Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so erfolgreich in die Zukunft gehen haben können. Und jetzt zuletzt bei der Magna, wo die Aufträge ein bisschen zurückgegangen sind, war der Rudi sofort zur Stelle, gemeinsam mit der Doris, mit der Gewerkschaft, mit dem Betriebsrat, mit dem AMS und wir haben es geschafft, dass 2000 Leute mit ihren ganzen Familien nicht auf der Straße stehen, sondern dass sie sich fortbilden, dass sie sich besser qualifizieren und 2017, wenn wir dann die Aufträge umsetzen können bei der Magna, haben wir dort noch einmal um 2000 Arbeitsplätze mehr. Und allein, dass wir 4000 Arbeitsplätze mehr haben in der Steiermark, soll Grund genug sein, den Rudi Hunsdorfer zu unterstützen und zum Bundespräsidenten zu machen. Aber ihr merkt, sie stehen natürlich immer die Verbindung zwischen Bund und Land her, bei den bundesrelevanten Themen. Und dass du Bundespräsident wirst, hat natürlich auch eine Umbildung in der Bundesregierung zur Folge. Und ich gebe ganz offen zu, nachdem ich ein begeisterter Regionalentwickler bin, schon fast ein bisschen Baumaster für die Steiermark, wir setzen ja Verkehrsprojekte im heurigen Jahr, der Jörg hat das mitverhandelt, in der Höhe von 150 Millionen Euro gemeinsam mit der ÖBB um. Bin ich natürlich heilfroh, dass wir den Verkehrsminister mit dem Gerald Klug stellen. Und, wie es halt so ist, haben wir Steierer natürlich auch immer gewisse Vorgaben, was wir uns dann von Wien erwarten, insbesondere dann, wenn er Steierer in der Bundesregierung ist. Und für uns ganz wichtig, neben dem S-Bahn-Ausbau, damit wir wirklich ein starker Standort sein können, ist, dass wir an die internationalen, an die weltweiten Verkehrsachsen gut angebunden sind, damit wir da Betriebe gründen können und Arbeitsplätze schaffen. Und eine ganz zentrale Zielsetzung dabei ist die sogenannte Baltik-Adriatische Linie. Also oben von Danzig über Warschau durchaus zu uns nach Triest und weiter dann bis Gibraltar und in die Welt hinaus. Dafür brauchen wir, so schnell wie möglich, und alle Startschüsse sind ja gegeben, den Choralm und den Semmering-Tunnel und bauen wir diese Achse auf, Gerald, das ist die Zielsetzung für 2018. Aber ihr wisst, auf eine kurzfristige Planung beschränke ich mich natürlich nicht. Wir müssen langfristig schauen, wie wir den Standort 4 bringen. Und das heißt, neben der Baltik-Adriatik auch die Buren-Schowa-Achse ganz stark zu forcieren, damit wir mit Westeuropa optimal verbunden sind, hin nach Osteuropa. Der genaue Treffpunkt der zwei Achsen ist Danbruck, da gefreut sich natürlich der Verkehrslandesrat. Aber die zwei brauchen wir, Buren-Schowa-Achse und die Klasse-Achse Baltik-Adriatik. Ja, und ihr wisst, die Regionen sind meine Leidenschaft und wir wollen junge Leute in den Regionen halten. Und was braucht es dafür? Natürlich ein Computer-Kastel, das schnell funktioniert. Wenn heute ein junger Mensch oder ein Erwachsener den Computer einschaltet, dann möchte er nicht warten bei einem Download von einem Dokument, 10 Minuten, 15 Minuten, dann wird der Standort unattraktiv. Dann will kein Junge dort bleiben. Was aber noch viel schlimmer ist in den Regionen, dann bringen wir auch keine innovativen Klassenunternehmer hin, die auf Brainpower setzen, die natürlich einen schnellen Computer brauchen. Und damit wären wir schon bei den Aufträgen für die Sonne ja gemeinsam mit Gerald, weil die werden ja sowas wie eine Breitband-Partnerschaft gründen auf Bundesebene. Was heißt das Breitband? Da schaut man, dass es ganz rasch geht, dass das Breitband ausgebaut wird in unseren steirischen Gemeinden, dass das Internet rasch funktioniert. Und ich will in der Steiermark Breitband für alle, weil wir das brauchen, damit wir erfolgreich sind. Und wenn wir ein paar PZ dazugeben müssen, dann werden wir das auch machen, damit die roten Gemeinden möglichst rasch vorwärts kommen. Und damit komme ich zur Steiermark, zu unserer Heimat, die wir auf allen Ebenen mit viel Arbeit, mit viel Engagement füre bringen müssen. Ich sage ja, EU-Bund ist wichtig. Ich freue mich über den eigentlichen Außenminister, der ist viel besser drauf mit dem Jörg Leichtfried als der jetzige auf Bundesebene. Also Jörg, wir sind ja... Also erstmals, dass er einen Parteivorsitzenden, Stellvertreter hat, der locker unterwegs ist als Außenminister. Und ich sage euch, die ganzen Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, werden wir am 2. März auch schon mit dem Schulz, mit dem EU-Parlamentspräsidenten besprechen, weil wir lassen nicht die großen Firmen Lobbying machen. Wir machen Lobbying für die Steiermark. So, jetzt komme ich noch zu einem fordernden Thema, das sind die Finanzen. Das ist jetzt nicht so lustig, ich weiß. Wir haben eine große Lücke in der Vergangenheit gehabt, haben die anständig geschlossen. Mir ist es nur wichtig, wir müssen auch über das ganz ehrlich reden, weil es unsere Regionen, unsere Gemeinden, alle Bereiche trifft. Ich will, dass die Steiermark nicht abhängig ist von irgendjemandem, der von außerhalb mitregiert. Also weder Finanzminister in Wien soll anschaffen, was in der Steiermark passiert, noch irgendwer in Brüssel vorgeben, noch irgendeine Ratingagentur. Ich will die Freiheit, dass wir selber entscheiden, wo wir unser Geld investieren und was wir fördern als Steiermark. Und dazu brauchen wir geordnete Finanzen und das ist mein Ziel. Nur das werden wir ganz anders aufsetzen, wie sonst in Österreich oder in vielen anderen Bereichen. Ich komme nicht her und lege ein Budget vor und lasse dann demonstrieren und sage, friss oder stirb. Ich möchte diese Budgetpolitik und die nächsten sechs Monate dazu nutzen, dass wir in all unseren Bereichen richtig stark darüber nachdenken, was brauchen die Leute wirklich, was brauchen die Regionen wirklich und wie setzt man dort das Geld ein, damit es den Menschen bestmöglich nutzt. Weil dort müssen wir die Leistungen aufrechterhalten, für die Menschen sind wir da. Denn Förderdschungel in vielen anderen Bereichen, wo welche profitieren, wo wir gar nicht unbedingt wollen, dass sie profitieren, dort werden wir einsparen. Aber das braucht eine intensive Diskussion in der Partei. Da bitte ich euch jetzt schon alle darum, dass wir darüber reden, Kapitel für Kapitel. Wie gehen wir weiter in die Zukunft? Und wir werden gemeinsam dafür kämpfen, dass beim Finanzausgleich mehr ausschaut für die Steiermark. Weil es kann nicht sein, Herr Bundeskanzler, dass die Steirerinnen und Steirer weniger wert sind als in anderen Bundesländern. Also wir erwarten uns der Gleichberechtigung für die Steirerinnen und Steirer. Das war der wichtigste Applaus des Bundeskanzlers an diesem Abend, weil da müssen wir wirklich was weiterbringen und an diesem Tag. Wir kämpfen Seite an Seite mit den Gemeinden. Für mich ist klar, wir müssen auch die ganze PZ-Vergabe ein bisschen einfacher machen, weil ich kann nicht auf der anderen Seite sagen, man soll sparsam arbeiten, möglichst Überschüsse produzieren und damit bauen. Und dann gebe ich euch Richtlinien vor, wo ihr ein Darlehen aufnehmen müsst, damit ihr das Geld abholen könnt. Das heißt, für mich ist sonnenklar, wir werden das Geld, was den Gemeinden kehrt, schauen, dass ihr es möglichst einfach, unkompliziert abholen könnt und damit in der Steiermark investieren könnt. Und in diesem Zusammenhang komme ich auf ein zweites Thema, das sehr sensibel für uns alle ist und das ich ansprechen möchte, weil mich ganz viele Menschen in den Regionen, die Pensionistinnen und Pensionisten drauf angesprochen haben. Und das ist die steirische Gesundheitspolitik. Und ich sage euch da ganz klar, es gibt ganz klare Grenzen, wo wir bereit sind, da nach vorne zu schauen und die Qualität da zu verbessern. Es darf in der Steiermark nie eine Zweiklassenmedizin geben, zwischen Arm und Reich, aber schon gar nicht zwischen Stadt und Land. Und dort werden wir darüber reden, was ist für die Menschen wirklich wichtig. Ich will dann, wenn ich ein Problem habe, einen Arzt vorfinden können, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich zu dem Arzt hingehe. Das heißt, wir brauchen ein ganz starkes Miteinander zwischen dem niedergelassenen Bereich und dem Ambulanzbereich in den Krankenhäusern, weil wir müssen gewährleisten, dass jeder in der Region, wenn er einen Arzt braucht, da rede ich noch nicht vom Notfall, aber wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich nicht recht weiß, was ist denn das, ist das etwas Gefährliches, ist das nichts Gefährliches, dann muss ich mich problemlos vor Ort an jemanden wenden können. Und daher werden wir ganz klar alles daran setzen, dass die Grundversorgung, die ärztliche Versorgung, die Ambulanzen in den Regionen nicht nur bestehen, sondern sogar ausgebaut werden, weil das das Zukunftsmodell ist. Und die Notversorgung muss sowieso überall gewährleistet sein, weil das ist Grundaufgabe der Sozialdemokratie. Und ich weiß, dass wir da in ein paar Regionen jetzt schon wieder einiges zu machen haben, damit wir diese Grundversorgung optimieren. Aber Rettung, Notarzt, muss überall rasch vor Ort sein und wenn wir ein paar Hubschrauber zusätzlich brauchen, brauchen wir ein paar Hubschrauber zusätzlich. Aber das muss gewährleistet sein. Das Einzige, was ich euch bitte, und über das werden wir gemeinsam mit jeder Region diskutieren, und da darf nichts überraschend kommen, weil jeder Spitalstandort in der Steiermark hat eine ganz große Bedeutung für die Region. Und gleich wie jeder Schulstandort für jede einzelne Gemeinde eine ganz große Bedeutung hat. Und wenn es dort zu Veränderungen kommen wird, dann wird, solange ich für die Regionen verantwortlich bin, das nur in einer engen Abstimmung und in einer Diskussion mit den steirischen Regionen, mit den Verantwortlichen vor Ort geschehen. Aber klar ist auch, wenn wir die Spitzenmedizin anbieten wollen, und das will ich für alle, das ist das Wichtigste überhaupt, dass ich die höchste Qualität kriege, wurscht ob es ein Herzeingriff ist, ob es die Orthopädie ist, da müssen wir uns spezialisieren. Und das werden wir uns überlegen in den nächsten Wochen und Monaten. Wie können wir Spezialisierungen zustande bringen? Wo sind die Profis daheim? Wo mache ich was tageschirurgisch? Wo mache ich mir die Operation aus? Weil das höre ich auch von ganz vielen. Jetzt aus meinem Bezirk, in Weiz. Wenn es darum geht, dass ich die beste Behandlung in der Orthopädie kriege, ist es überhaupt kein Thema, dass man auf wie fort nach Murau auf die Stuhl zahlt. Weil du dort Ärztinnen und Ärzte hast, die in der Orthopädie absolut spitze sind. Das heißt, bei den geplanten, zielgerichteten Operationen, da werden wir uns spezialisieren, damit wirklich alle Steirerinnen und Steirer, wurscht ob arm oder reich, die beste Gesundheitsversorgung haben. Und ihr wisst, mein Herz gehört den steirischen Regionen, den Gemeinden der Regionalentwicklung. Und wir haben uns vorgenommen, 300 Millionen für die steirischen Regionen zur Verfügung zu stellen. Und mir taugt es. Die ersten 100 Millionen mit allen Programmen, Smart Cities, Leader, haben wir schon auf Schiene gebracht. Und in der Steiermarkt wird schon gebaut. Und so soll es sein. Die ersten 100 Millionen werden investiert. Und wir sind gut unterwegs. Aber dafür, dass wir in der Steiermark, in den Regionen, mit diesen vielen Initiativen richtig nach vorn kommen, brauchen wir diesen Forschungshunger, den Bildungshunger, der die steirische Sozialdemokratie auszeichnet. Und vor allem, ich brauche jeden Einzelnen, jede Einzelne vor euch, mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen, mit der Kompetenz und mit dem Engagement und dieser Begeisterung, damit wir diese Steiermark so richtig nach vorne bringen, dass wir jede einzelne Gemeinde entwickeln und dass die Regionen, so wie da am Spielbergring, richtig toll vorwärts kommen und sich entwickeln. Und daher, liebe Freundinnen und Freunde, Mitgestalterinnen und Mitgestalter, habe ich ein Ziel. Die Pole Position für die Steiermark. Freundschaft! Danke. Super. Super, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch für die Kraft, die Energie. Ihr seid spitze, wir sind super unterwegs und wir werden als Sozialdemokratie dieses Land gestalten und prägen. Danke, danke Freundschaft. Applaus Ja, liebe Freundinnen und Freunde, da brauche ich nichts mehr sagen. Ich bitte unseren Wahlmeister auf die Bühne. Beißer kann man es nicht einpatschen. Ja, liebe Freunde, wir haben eindrucksvoll gesehen... Danke. Danke.